ich glaube ich muss auch mal langsam tasks erstellen hier unter labor add new detail da kommt das ganze stoneworking rein das ist dann stone und das kriegt unser stoneworker zugewiesen und dann new work detail woodworking kriegt er hier können wir den noch ein bisschen ausbreiten kraft engineering rolling other jobs nee ok dann brauchen wir noch einen koch also alles außer brewing erst mal das wäre dann der kuck also ja fürs erste halt dann brauchen wir noch also für administratives scheint es keine sachen zu geben rolling sollte eh am anfang jeder machen engineer haben wir nachher später auch welche crafter stone sollte noch stonecraft ding beinhalten dann du dich wollten wir ja zum brauer machen das heißt cooking kommt da erstmal raus und ja wir müssen das immer einzeln auslösen wir können das nicht markieren gut gut hmm ah ja da sehen wir auch warum sie so geeignet sind also du kriegst das noch dazu und du kriegst das noch dazu dann sollten wir auch wir sind gerade in der pause im pausenmodus kann ich das wieder anschalten von hier aus nö jetzt läuft es weiter du bist dann der web so du bist unser leader oder nein oder nein unser chief tain ja so und ja wie gesagt immer noch wer einen zwerg möchte soll sich bitte melden guck guck so sie ist bewusstlos und ich komme gerade nicht mehr raus so jetzt komme ich raus okay so so achso sleep deswegen unconscious gut auf die ebene wollten wir die küche machen das heißt wir müssen wirklich bis nach da hinten uns irgendwie durchgraben nachher mit dem langen gang und dort gucken dass wir dort farmen errichten was aber auch nicht so schwierig ist so lassen wir es mal weiter laufen haben wir noch jemanden vergessen ja dich du bist nur farmer du wirst aber unser so und dann kommt hier die festhalle hin die kann ich dann langsam auch mal planen so so ist es schön wie hier gegraben wird können auch ein bisschen herangehen dann sehen wir ein bisschen besser dass die da so treiben wird doch nicht so nah ran so reicht auch was haben wir denn so 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 sommer deswegen wollen wir gucken dass wir die sachen hier ziemlich schnell erledigen und ich habe ja was übersehen die mir mal die pause es ist das hier und zweitens nehmen wir mal hier die sachen weg dass sie nur die haupträume erstmal ausbuddeln weiterlaufen lassen da nicht 1 und 1 1 4 Qua 4 3 5 Okay. Und hier sollten wir dann auch schon mal die ersten Sicherheitsblockerungen machen. Also ja, man sollte wirklich Pause machen, weil wenn das Spiel läuft, dann geht der Input schlecht. Wobei, das machen wir... Wir brauchen eh erst einen Ingenieur, der uns dann die Brücke richtig installiert. Also wir haben Kalk und Limestone. Als Steine. Kalksteine sind immer schön, weil der ist grau. So, dann können wir eigentlich schon mal das, wo frei ist. Mit Workshops anfangen. Auf der Seite kommt erst einmal und Stoneworker hin. Ruhig aus Kalk. Und hier kann mir der Mason ein paar Blöcke herstellen. Ich wünschte, ich könnte den Task irgendwie wiederholen lassen. Ne, da muss ich wirklich so klicken. Machen wir erstmal Workblocks. Dann bauen wir als nächstes hier einen Crafts-Dwarfs-Workshop. Aus dem Kalkblock. Und einen Carpenter hier. Auch aus dem Kalkblock. dann errichten wir erstmal hier einen notgedrungenen Stockpile. Oh, okay. Stockpile. Ach ja, ich muss erst hier auf akzeptieren klicken und der nimmt Wood. So. Das erste, was wir gerne hätten, wären ein paar Wheelbarrows. cool, ich kann jetzt mehr als nur drei Wheelbarrows einstellen. Machen wir mal zwei Wheelbarrows hier. So. Hier errichten wir jetzt erstmal und dann fällt das hier drunter oder fällt das unter Farming. Eine Destillerie. Und eine Küche. Kitchen. Dann können wir nämlich hier auch erstmal wieder ein Behelfs-Stockpile errichten. Oder zwei Behelfs-Stockpiles. Und dort soll bitte essensmäßig erstmal alles außer Getränke äh, ups außer Getränke Samen und prepared meal sin wobei auch keine Früchte und keine Pflanzen. So, hier hin. Dann brauchen wir noch einen Stockpile hier bitte. dort soll nahrungsmäßig wo ist die Nahrung? Sondern alle ne, nicht alle Sachen sondern alle Pflanzen und alle Früchte wieder hin. Milk of Lime. Interessant. so das heißt hier oben in dem Stockpile äh sollen nur prepared meals ich drücke immer aufs falsche ich muss hier drüben drücken und Getränke hin und und naja ich kann zwischen denen wählen äh du mach mir mal ein paar wooden boxes äh Bins waren das glaube ich nicht Amustent Amustent äh oder waren es Bins Bins wie Stockpile hätte ich gerne na doch Bins so na ja da stehen die Rebarrow rum so du machst mir jetzt Rock Quarft und zwar unendlich bitte so wie stockpile bitte custom äh siehs erst mal hierhin hierhin seit wann haben wir ein blue peacock okay blue peacock so migraines has survived ohne dass ich es mitgekriegt habe richtig okay wir haben ein paar migranten hmm mh mh mh